In diesem Video geht es um die Simulation mechanischer Systeme mittels elektrischer Netzwerke. Damit das Ganze nicht so abstrakt daherkommt, möchte ich das wieder an einem Beispiel erklären, nämlich an einer permanent erregten konventionellen Gleichstrommaschine mit Nebenschlussverhalten oder eben an einem kleinen Gleichstrommotor, wie er zum Beispiel im Auto eingesetzt wird für einen Fensterheber oder für einen Scheibenwischer. Den können wir uns schematisch so vorstellen, dass wir sagen, das ist der Motor und der ist hier an eine Spannungsquelle angeschlossen. Die hat die Spannung UQ und dann fließt in diesen Motor hier ein Strom rein, den nenne ich IM. Das steht für Motor und dieser Motor treibt jetzt über eine Welle eine kleine Last an oder wird über diese Last belastet, über einen Lastmoment ML und der Motor und die Welle und diese Lastmaschine, die drehen sich dann mit einer Drehzahl oder Drehwinkelgeschwindigkeit Omega und dann taucht natürlich in diesem Motor noch und in diesem Antriebsstrang hier noch Reibung auf, die können wir charakterisieren durch ein Reibmoment, also ein Drehmoment R für die Reibung und dann hat der Motor und die Welle und die Lastmaschine und alles zusammen noch ein Massenträgheitsmoment J und ja elektrisch in diesem Motor ist da ja eine Wicklung drin und diese Wicklung ist aus Kupfer, die hat einen Widerstand R Motor und die hat auch eine Induktivität L von diesem Motor. Ja und jetzt geht es erstmal darum, diesen Motor oder beziehungsweise diesen ganzen Antrieb durch Gleichung zu beschreiben und zwar sowohl für das elektrische Verhalten als auch für das mechanische Verhalten. Um das jetzt auf der elektrischen Seite ein bisschen einfacher zu machen, kann man ein paar Vereinfachungen treffen, zum Beispiel, dass es an den Bürsten in diesem Motor gibt es ja Bürsten, womit der Strom eben von außen auf den Rotor oder auf den Anker kommt, dass es zum Beispiel an diesen Bürsten keine Übergangsspannung gibt und keinen zusätzlichen Spannungsabfall an diesen Bürsten, dann dass der Anker keine Rückwirkung hat auf diese Bürsten oder dass man da sozusagen je nach Ankerstellung keinen unterschiedlichen Stromfluss hat, was in der Praxis natürlich so ein bisschen sein wird und wir nehmen auch noch an, dass diese Induktivität hier linear ist und je in Sättigung gerät. So und unter diesen Voraussetzungen kann man das elektrische Verhalten erstmal ganz einfach als Maschensatz hinschreiben, dass diese Spannung von der Quelle genauso groß sein muss, wie der Spannungsabfall über den Wicklungswiderstand des Ankers oder des Rotors und der Spannungsabfall über der Induktivität, die sich eben aus der zeitlichen Ableitung dieses Stromes durch den Motor ergibt und dann taucht in dem Motor noch eine sogenannte elektromotorische Gegenkraft auf. Ja, das ist auch eine Spannung in diesem Maschensatz und das EMK steht halt für elektromotorische Kraft. So und diese elektromotorische Kraft kommt daher, dass der Motor, wenn er sich dreht, eben auch gleichzeitig immer wie ein Generator wirkt. Also in dem Motor wird eine Spannung induziert, die der ursprünglichen Quellspannung entgegenwirkt und die diesen Strom begrenzt. Und wenn der Motor zum Beispiel still steht, weil er blockiert ist, dann taucht diese elektromotorische Gegenkraft nicht auf und dann gibt es eben keine Gegenspannung zu der Quellspannung und das führt dann dazu, dass der Strom zum Beispiel in dem Motor eben nur noch durch diesen Wicklungswiderstand begrenzt wird und sehr groß werden kann, so dass der Motor denn eben thermisch sehr schnell belastet und überlastet wird. So, diese elektromotorische Gegenkraft, die lässt sich jetzt berechnen aus einer Maschinenkonstante C und aus einem oder aus dem Erregerfluss. Dieser Erregerfluss ist aber auch eine Konstante, so dass man dieses Cv eben als eine Konstante zusammenfassen kann und dann ist diese elektromotorische Gegenkraft proportional zur Drehzahl. Also wie schon gesagt, wenn desto größer die Drehzahl ist, desto mehr Spannung wird dort induziert, desto mehr Spannung wirkt dieser Quellspannung entgegen. So und jetzt müsste man noch für das mechanische Verhalten eine Gleichung aufstellen, die kann man zum Beispiel als Drehmomentbilanz aufstellen. Als Vereinfachung nehmen wir da mal an, dass es in diesem Antriebsstrang keine Elastizitäten gibt, also dass der Motor und die Welle und diese Belastung hier ganz starr miteinander gekoppelt sind und wir nehmen auch mal an, dass hier kein Getriebe und nichts dazwischen ist, so dass diese Drehzahlen hier alle die gleichen sind oder dass das Übersetzungsverhältnis eben einfach 1 ist. So, dann kann man sehr einfach eine Drehmomentbilanz aufstellen. Also das Drehmoment, das vom Motor erzeugt wird, das muss genauso groß sein wie das Drehmoment, was die Durchreibung auftritt, plus das Drehmoment, was durch dieses Massenträgheitsmoment hervorgerufen wird und das ergibt sich eben aus der Änderung aus der Ableitung der Drehwinkelgeschwindigkeit, also die sozusagen proportional zur Beschleunigung ist und dann muss der Motor noch dieses Lastmoment dort überwinden. So, das ist das mechanische Verhalten und dieses Drehmoment, was jetzt vom Motor erzeugt wird, das schreibe ich mal noch hier mit hin. Das hängt jetzt wiederum vom Strom ab, der durch den Motor fließt und zwar auch von dieser Maschinenkonstante cPhi mal den Strom, der durch den Motor fließt. Und so ergibt sozusagen der Strom durch den Motor, der hier oben in der Gleichung auftaucht, über diese Gleichung ergibt das Moment und das Moment ist dann hier in der unteren Gleichung mit der Drehzahl oder Drehwinkelgeschwindigkeit verknüpft und die ergibt dann eben die elektromotorische Genkraft, die wiederum in dieser Gleichung hier oben wirksam wird. Und über diese beiden Gleichungen oder über diese beiden Differenzialgleichungen, über diese beiden algebraischen Gleichungen ist jetzt unter den genannten Vereinfachungen diese Maschine vollständig beschrieben. Und das ist das elektrische Verhalten, das ist das mechanische Verhalten und über diese beiden Gleichungen ist das elektrische und mechanische Verhalten miteinander gekoppelt. So und die Idee ist jetzt folgende, dieses mechanische System und diese mechanische Gleichung eben durch eine äquivalente elektrische Differenzialgleichung oder durch eine äquivalente Differenzialgleichung, in der nur elektrische Größen auftauchen, zu beschreiben. Und wenn wir dann eben ein äquivalentes Differenzialgleichungssystem gefunden haben, in dem nur elektrische Größen auftauchen, dann können wir das natürlich auch durch ein äquivalentes elektrisches Netzwerk oder durch ein äquivalentes elektrisches Ersatzschaltbild darstellen. Und das hat ein paar Vorteile, zumindest dann, wenn man Elektrotechniker ist, weil dann kann man eben alle möglichen Lösungsverfahren und Lösungsmethoden, die man zur Berechnung und zur Simulation von elektrischen Netzwerken kennt, natürlich auch für dieses mechanische System nutzen. Und man kann vor allem auch sehr schön mechanische und elektrische Systeme miteinander koppeln oder diese Kopplung betrachten. Und man kann dann natürlich eben auch jegliche Software benutzen, die es zur Simulation elektrischer Netzwerke gibt, wie zum Beispiel Spice. Das Ganze hat natürlich auch ein paar Nachteile, auf die werde ich vielleicht nachher noch eingehen, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe, aber der Vorteil ist erstmal, dass wir jetzt dann ein mechanisches System auch in Spice unterbringen können. So, was muss man dazu tun? Man muss natürlich irgendwie diese mechanische Gleichung in irgendwas Äquivalentes elektrisches umwandeln. Bevor wir das jetzt machen, machen wir mal noch eine Vereinfachung oder eine Änderung. Wir nehmen mal dieses relativ abstrakte Reibmoment hier weg und schreiben dafür hin, dass das als Reibung jetzt hier mal nur eine viskose Reibung auftauchen soll oder auftreten soll. Und eine viskose Reibung ist eine Reibung, die proportional zur Drehzahl ist. Also wir haben eine Reibungskonstante, die nenne ich mal W, V für Viskose und dann mal die Drehzahl oder Drehwinkelgeschwindigkeit. Und diese Reibungskonstante hat dann die Einheit Newtonmeter pro Radiant durch Sekunde und multipliziert mit den Radianten mal Sekunde von der Drehwinkelgeschwindigkeit kürzt sich die Radiant pro Sekunde weg, sodass sie eben auch als Einheit Newtonmeter überbleibt. So, und jetzt möchte man eben diese mechanische Gleichung hier und natürlich auch irgendwie diese beiden Gleichungen, in denen hier etwas Mechanisches auftaucht, durch äquivalente elektrische Gleichungen nachbilden. Und naja, jetzt kann man halt hier so ein bisschen scharf draufschauen und feststellen, das was hier unten steht, das sieht ja eigentlich irgendwie schon fast genauso aus wie da oben. Also es gibt hier eine Größe, dann gibt es hier eine Multiplikation, dann gibt es hier eine Multiplikation und eine Ableitung, dann gibt es halt einfach mal so eine Größe. Das heißt, wir können, ich mache hier mal einen Strich drunter, also das hier ist erstmal das normale mechanische Falten vorbei. Und diese Gleichung hier, die könnten wir jetzt auch als Einmaschensatz zum Beispiel interpretieren, indem wir sagen, aus dem Drehmoment wird eine Spannung, aus der Drehzahl- oder Drehwinkelgeschwindigkeit wird ein Strom, dann wird aus diesem Widerstands-, aus dieser Reibungskonstante wird ein Widerstand, aus dem Massenträgheitsmoment wird eine Induktivität, weil hier die Ableitung des Stromes dann steht und so weiter. Und aus dem Lastmoment wird auch einfach eine Spannung. So, also das heißt, hieraus wird eine Spannung, ich schreibe jetzt mal halt nicht U für diese Spannung hin, sondern H. Warum ich da H hinschreibe, erkläre ich gleich später noch. Aber das ist eine Spannung, eine Spannung, die proportional zu dem Moment ist oder die für dieses Moment steht. Dann, wie gesagt, ist das hier ein Strom, ein Strom, der proportional zur Drehzahl ist, denn deswegen nehme ich die Idee. Ja, und Spannung ist irgendwas, mal Strom, dann ist das irgendwas, der Widerstand, dann wird aus dieser Reibungskonstante hier ein Widerstand, ein Widerstand für diese Viskosereibung. So, aus dem Massenträgheitsmoment wird eine Induktivität, eine Induktivität, die für diese Trägheit steht. Aus der Ableitung wird die Ableitung dieses drehzahlproportionalen Strom ist. Und aus dem Lastmoment hier hinten wird eine Spannung, ja, die eben dieses Lastmoment charakterisiert. Also das L hier steht jetzt halt für Last. So, dann ist aus der mechanischen Gleichung erstmal eine äquivalente Gleichung geworden, in der jetzt nur noch elektrische Größen auftauchen. Und jetzt muss man mal über diese beiden Gleichungen hier oben noch nachdenken, die für diese Kopplung zuständig sind. Hier taucht ja schon was Elektrisches auf. Das UEMK ist ja schon eine Spannung. So, und aus der Drehwinkelgeschwindigkeit haben wir jetzt hier einen Strom gemacht. Das heißt, die müsste hier auch aus Strom auftauchen. Und ja, diese Konstante hier, also diese Maschinenkonstante und dieser Erregerfluss, das sind ja beides Konstanten. Die können wir jetzt auch als eine Konstante unterbringen. Jetzt kann man wieder schauen, U ist irgendwas mal I, dann ist irgendwas der Widerstand. Also aus diesem Cφ, ja, wird halt letztendlich ein Widerstand. Ich nenne diesen Widerstand aber auch mal nicht R, sondern K, K für KEMK, für diese elektromotorische Gegenkraft. Warum ich das K nenne, da komme ich vielleicht später noch drauf hin. Und genau dasselbe können wir jetzt hier für diese Gleichung machen. Also das I-Motor ist ja eine mechanische Größe, eine elektrische Größe schon. Das Cφ ist sozusagen, ja, genau das gleiche Cφ wie hier. Deswegen nenne ich das mal auch gleich KEMK, weil das halt genau die gleiche Größe ist wie drüben, weil das genau das gleiche Cφ ist. So, und aus diesem Moment ist jetzt hier dieses H-Moment geworden. Eine Spannung, die proportional zu diesem Moment ist. So, warum habe ich jetzt diese Spannung hier H genannt und nicht U? Und warum habe ich diesen Widerstand oder diesen Faktor, der hier zwischen diesem Strom und dieser Spannung liegt, nicht Widerstand genannt, sondern K genannt? Naja, das liegt daran, dass das jetzt dann hier in dem Ersatzschaltbild oder in dieser Gleichung hier sozusagen eine Quelle wird, die eine Spannung liefert, aber die von einem Strom gesteuert wird. Also eine sogenannte stromgesteuerte Spannungsquelle. Und diese stromgesteuerten Spannungsquellen haben in SPICE einen bestimmten Buchstaben, nämlich H. Das sind sogenannte H-Quellen. H-Quellen sind stromgesteuerte Spannungsquellen. Deswegen nenne ich das ja auch mal H, weil das in SPICE dann einfach später H-Quellen sind. Und dieser Faktor, der eben zwischen dem Strom und der von der Spannung erzeugten, von der Quelle erzeugten Spannung liegt, dieser Faktor, den nennt man eben nicht Widerstand, sondern nennt man Transresistanz. Also weil er eben, naja, zwischen dem Strom und dieser Spannung vermittelt, hat zwar auch die Einheit von einem Widerstand, ist aber eben nicht wirklich ein Widerstand. Und das ist in SPICE ein sogenannter eine Transresistanz oder ein K-Faktor. Deswegen habe ich den hier K genannt. So, was haben wir jetzt gekonnt? Wir haben aus dieser mechanischen Gleichung eine elektrische Gleichung gemacht, in der jetzt nur noch elektrische Größen auftauchen. Und jetzt kann man, um sich das vielleicht möglichst einfach zu denken, aus diesen ganzen Gleichungen, also aus der elektrischen Gleichung hier oben und aus den Gleichungen hier unten, sehe ich zwei Ersatzschaltbilder bauen, eins für den elektrischen Teil, wo man mal jetzt diesen Maschensatz sich wieder in ein Ersatzschaltbild denkt. Dann haben wir die Quelle, die erzeugt diese Quellspannung UQ. Dann gibt es diesen Widerstand von dem Motor. Dann gibt es die Induktivität von dem Motor. Und dann gibt es eben hier hinten, naja, diese Quelle, die, naja, die halt eigentlich genau das Gleiche ist. Also es ist auch eine stromgestörte Spannungsquelle. Deswegen mache ich jetzt mal hier das U weg und hier auch und schreibe dafür auch mal ein H hin, weil es eben auch solche H-Quell ist, solche stromgestörte Spannungsquelle. Und diese stromgestörten Spannungsquellen oder überhaupt diese gestörten Quellen kennzeichnet man im Schaltbild häufig durch, äh, kein Kreis, sondern durch so ein Viereck. Also das ist die Induktivität von dem Motor und das ist dann die Spannung, die für diese elektromotorische Gegenkraft steht. Und in dieser Masche fließt halt einfach der Strom von dem Motor, naja, und, ähm, ja, diese Quelle, wie man sieht, die hängt dann von dem Drehzahl Strom ab, der in einer zweiten Masche fließt und diese zweite Masche, in der muss jetzt diese Gleichung charakterisiert werden. So, und die sieht letztendlich, ähm, naja, fast so ähnlich aus. Wir haben wieder eine stromgesteuerte Spannungsquelle, nämlich genau diese hier, die das Moment erzeugt. Und dann gibt es da auch einen Widerstand, einen Widerstand, der für diese viskose Reibung steht. Dann eine Induktivität, die für die Trägheit des Motors steht. Ähm, und eine Spannungsquelle, die für die Last steht. Also wie auch immer die dann aussieht, aber, ähm, sozusagen, wo das Lastmoment von dieser Lastmaschine da drin steckt und dann ist das hier unten miteinander verbunden. Ähm, das ist die Last. So, bzw. hier heißt die Not nicht, nicht Last, sondern nur UL. Und der Strom, der hier fließt, in dieser Masche, ist der Strom, der proportional zur Drehzahl ist. Genau. Und von diesem Strom hier über diese Gleichung hier unten hängt jetzt eben die Stärke dieser Quelle ab und von diesem Strom, der hier oben in dieser Masche fließt, hängt über diese Gleichung hier unten der, äh, Wert dieser Quelle oder die Spannung dieser Quelle in dieser unteren Masche ab. Also über diese beiden Quellen sind diese beiden Maschen über diese Ströme miteinander gekoppelt. Na, und diese Masche beschreibt das elektrische Verhalten des Netzwerks und diese Masche beschreibt das mechanische Verhalten dieses Netzwerks. Und die Spannungen hier sind proportional zu Drehmomenten und der Strom hier ist proportional zur Drehzahl. So, das ist die ganze Idee. Und jetzt kann man eben dieses elektrische Ersatzschaltbild einfach in einen Netzwerksimulator rein tun, ähm, ähm, und kann das dort simulieren und muss eben nur aufpassen, na ja, klar, die Spannung, die man hier unten berechnet, die wird da zwar als Spannung angezeigt, aber da steckt halt tatsächlich eigentlich einen Moment dahinter. Und der Strom hier unten wird natürlich als Strom in Ampere berechnet. Da steckt aber natürlich irgendwie eine Drehzahl, Drehwinkelgeschwindigkeit in Radiant pro Sekunde hinter. So, jetzt könnte man sich noch überlegen, dass man das Ganze natürlich auch andersrum machen könnte. Ähm, man könnte auch das hier unten natürlich, also, oder diese mechanische Gleichung, ich mache mal noch einen Strich drunter, ähm, die könnte man jetzt natürlich auch als einen Knotensatz interpretieren. Und man sagt, dieses Drehmoment entspricht eben einem Strom, der proportional zu dem Moment ist, ähm, dann entspricht diese Reibungskonstante eben einem Leitwert für diese Viskosereibung. Und diese Drehzahl, Drehwinkelgeschwindigkeit, entspricht eben einer Spannung, die proportional zur Drehzahl ist. Nur i ist irgendein Leitwert mal u. Ähm, i ist auch c mal die u nach dt. Dann wird aus dieser, aus diesem Massenträgheitsmoment wird jetzt keine Induktivität, sondern wird eine Kapazität für die Trägheit. Und dann taucht hier die Ableitung dieser Drehzahl proportionalen Spannung auf, die zeitliche Ableitung. Und aus diesem Lastmoment wird dann eben eine Stromquelle, ähm, die diese Last repräsentiert. Und jetzt könnte man eben dieses Schaltbild, ähm, ganz genau so, ähm, als ein, als ein Knotensatz oder halt eben als eine Parallelschaltung von all diesen Zweigen hier betrachten. Ähm, das lasse ich jetzt aber mal wegzeichnen, ich nicht hin, ähm, weil das vielleicht eher verwirrend ist. Wir nutzen diese erste Variante und schreiben das hier eben als zwei solche Maschen auf, oder zwei elektrische Schaltbild auf. So, der Vorteil ist jetzt wie gesagt, wir können dieses gesamte mechanische System durch äquivalente elektrische Größen beschreiben und können das alles mit einem Netzwerkberechnungsverfahren unserer Wahl oder mit einem Netzwerksimulationsprogramm unserer Wahl simulieren. Ähm, das ist der Vorteil. Das Ganze hat natürlich auch ein paar Nachteile, die will ich jetzt vielleicht doch noch nennen. Ähm, die Sache ist, so ein Schaltungssimulator, also zum Beispiel SPICE, hat halt dann letztendlich doch einen relativ begrenzten Funktionsumfang. Also der kennt halt nur elektrische Größen. Man kann die mechanischen durch was äquivalentes Elektrisches nachbauen, aber, ähm, man sollte da halt keine Wunder erwarten. Genauso, es ist halt relativ schwierig oder zumindest umständlich, ähm, dann warum welche konstanten Variablen, äh, und, und Funktionsgleichung zu definieren. Das bekommt man hin, indem man halt so nicht-lineare gesteuerte Quellen nimmt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Reibung betrachten möchte, die zum Beispiel in einem Wasser auftritt oder in einer Wasserpumpe auftritt, dann ist die eben nicht proportional zur Drehzahl, sondern proportional zur Drehzahl zum Quadrat. Ähm, ne, dann gibt es eben kein Bauelement, wo steht U ist R mal I Quadrat. Ähm, also weil das dann natürlich irgendwie sowas wie eine Leistung wäre. Also muss man sich halt eine Quelle oder irgendwas überlegen, wo kriegt man diese Abhängigkeit, ähm, hin, dass da eben was mit dem Quadrat auftaucht. Das kriegt man hin, ist aber nicht so ganz intuitiv. Ähm, genauso ist, wenn die mechanischen Systeme eben irgendeine Nicht-Linearität aufweisen und was auch relativ schwierig ist, ist so eine, eine Zustandsmaschine nachzubilden. Also irgendeine Maschine, die verschiedene Zustände einnehmen kann, ähm, meinetwegen man, man, man pumpt irgendwas und der Tank ist halt einmal leer oder der ist einmal voll und je nachdem passiert halt irgendwie was anderes. Also solche Fallunterscheidungen da reinzubauen, das ist dann, wenn man diese ganze Simulation eben, ähm, statt in einem Netzwerksimulator meinetwegen halt in MATLAB macht und sich da selber eine Lösung dieser, ähm, dieser Differenzialgleichung hier in MATLAB programmiert, ist man natürlich irgendwie viel, viel freier, was die Möglichkeiten angeht. Aber es ist auch natürlich trotzdem von Anfang an komplizierter. Und das hier, ähm, in einem Netzwerksimulator nachzubauen, das ist doch relativ einfach, äh, und das, äh, da kommt man dann schnell zu Ergebnissen. So, der nächste Punkt, also damit soll dieses Video eigentlich erst mal vorbei sein. Der nächste Punkt ist sich jetzt zu überlegen, jedes Modell ist natürlich nur so gut, wie die Parameter, die hier drinstecken. Und die Parameter, die hier drinstecken, sind dieser Widerstand und die Induktivität auf der elektrischen Seite und dieses Reibungs, diese Reibungskonstante und die Massenträgheit auf dieser mechanischen Seite. Und letztendlich dieser Faktor, äh, ähm, dieses K hier, das diese beiden Sachen miteinander koppelt. Und jetzt kann man sich und muss man sich eben noch überlegen, wie kriege ich für ein, ähm, ähm, für eine gegebene Maschine oder für einen gegebenen Motor diese Parametrierung hin. Also wie kriege ich alle diese Konstanten bestimmt, sodass das Modell dann auch tatsächlich das tut, was die reale Maschine tut und das Verhalten der realen Maschine abbildet. Das zeige ich aber in einem weiteren Video. Das zeige ich aber in einem weiteren Video. Das zeige ich aber in einem Video.